Auf dem Weg zur Alpspitze, da vorne ist es schön, aber es sind doch mehr Wolken als erwartet. Angekommen am Einstieg zur Via Ferrata hoch zur Alpspitze, 2.560 Meter. Das letzte Mal war ich glaube ich vor zehn Jahren hier und ich merke schon, dass ich ganz schön schnaufen muss. Mal schauen, wie es geht. Jetzt kommen die ersten Treppen. Weiter geht es mit Leitern. Ja, die Pumpe läuft, mein Liebermann. Auch jetzt geht es los hier. Griff, Sitz, packen wir schon. Ich würde mal schätzen, ein Drittel ist geschafft. Aber es ist schon noch ein ganzes Stück da hoch. Und ja, die Pumpe, die springt immer an. Ja, aber es macht Spaß. Das Höllental für die Aufsteiger auf die Zugspitze. Jetzt beginnen die Karawane. Oh Mann, mal schauen, ob ich an denen vorbeikomme. Sie sind ziemlich langsam. Bisher kann man das Ganze ohne Klettersteig halt machen. Weiter oben wird es dann kritisch. Ja, da sehe ich welche oben im Nebel. Ja, dafür nachher über den Wolken. Auf, wie geht's. Der Nebel macht das alles noch viel bedrohlicher. Blick auf die Zugspitze. Im Nebel. Jetzt vielleicht noch ein Drittel. Auf geht's. Das ist ja endlich mal wieder Alpspitze. Heute am 22. September 2020. Und dann, wenn wir das Oktoberfest mit Bayern können, haben wir hier einen schönen Augustiner, den ich jetzt auf der Alpspitze trinke. Nee, Scheiß, war nur ein Scherz hier. Hat der Kumpel mitgebracht. Ich habe noch eine Musik. Ich habe jetzt ein Scherz hier. Hier ist es ein Zehn im Umland. Bei der Busch ist, dass wir es, wenn wir uns abstehen, Vielen Dank.